Hallo meine lieben Freunde der gezeichneten Geschichte. Es ist mal wieder soweit, ich habe euch einen neuen Batman mitgebracht. Hier in No Man's Land, das ist der erste Band. Ihr seht, das ist schon ein ganz schön dicker Wälzer. Oha, er ist kaputt. Schande auf mein Haupt. Worum geht's in No Man's Land? Gotham City wird von verschiedensten Katastrophen heimgesucht und von der Außenwelt abgeriegelt. Und während die Superschurken aus Batmans Universum die Stadt aufteilen unter sich, ist es an Batman und quasi seinen Kollegen, die Stadt nach und nach zurückzuhoben. Wir blättern mal kurz durch und dann könnt ihr schon erkennen, die verschiedensten unterschiedlichen Zeichner, die hier am Werke waren. Und das ist auch einer meiner Kritikpunkte, denn manche Zeichenstile gefallen mir halt einfach ganz persönlich. Wiederum finde ich ein bisschen platt. Das Gleiche ist eigentlich mit den Geschichten. Tatsächlich hat die Reihe mich auch irgendwann verloren, weil die Geschichten mir etwas zu unterschiedlich waren in der Qualität. Aber falls ihr Batman-Fans seid, solltet ihr auf jeden Fall mal reinschauen.